So, schönen guten Abend noch Freunde der Spiegel Tour. Wir spielen noch ein bisschen Victoria 3 heute Abend. Ein bisschen später geworden. Ich war noch einkaufen und ich war heute im Aquapark. Wurde genötigt raus zu gehen. Vor allem des Vulkanausbruchs in West Java wirkten sich immer noch auf das Weltklima aus. Blasphemie. Gibt es überhaupt nicht Weltklima? Ich habe übrigens währenddessen mal probiert einen eigenen Block zu machen in einem anderen Spiel. Einen eigenen Machtblock. Und das gar nicht mal ohne. Wenn du ohne Machtblock startest. Naja, stimmt. Wir hatten ja noch die Eroberts. Aber am schlimmsten seid ihr hier hinten zur Zeit. Uschara. Die habe ich auch erst vor kurzem erobert. Wo geht mein ganzes Invest denn hin? Bündnis mit Preußen. Keines Vertrag mit Tuva. Keines Vertrag mit Dänemark. Belgien. Verteidigungspakt mit Belgien. Den brauche ich doch nicht. So, mit euch mache ich die Beziehung im Moment eine Verschlechterung, damit wir euch erobern können. Wie sieht es bei Persien aus? Persien ist die Beziehung eh nicht so gut. Was sagt mein Machtblock noch? Beziehung. Even die Beziehung. Bis jetzt Achso, durch meine Verrufenheit nehmen die auch an Freihandsdrang zu. So, viel Kohle. Ich muss mich mal kurz umorientieren, weil ich habe ja mit einer anderen Nation noch gespielt gehabt. Ich habe nämlich versucht, wie das ist jetzt mit den Amerikanern zu spielen. Das ist wirklich anders. In der Region. Das hatten wir auch noch. Eingeschränkte Kinderarbeit durchgezogen. Damit wir noch mehr in Bildung investieren können. Wenn wir jetzt gerade die Möglichkeit hätten dazu. Kommt noch. Das waren noch Kasernen. Dänemark bittet um Unterstützung. Laufende Terminatik. Bittet um unsere Unterstützung. Wieder gegen Schweden. Sie fordern eine Verpflichtung. Eine Ablehnung will folgende Auswirkungen haben. Die und immer ihre Kriege gegen Schweden. Wer ist denn da alles drin? Die werden unterstützt von den Niederlanden. Oh, und von Preußen wieder. Was bedeutet, ich komme nicht weg von dem Kampf. Und wieder einige Handelsbeziehungen werden einbrechen. Was bedeutet, Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube wir müssen auch den nach vorne ziehen wenn wir so einen Machtblock bauen dauert lange 81 Wochen 1 2 3 4 5 6 Ich glaube, es ist gut. Ist auch nur noch Land annektieren möglich. Ich mach noch die Finanzierung. Wobei bei euch muss ich das gar nicht machen. Ihr seid mir komplett unterlegen. Äh, nicht unterlegen, sondern seid komplett auf meiner Seite. Mit 80. Ach, Finnland ist schon zahlungsunfähig. Wo krieg ich den Rappel? Ich hab so viele Truppen eigentlich hier stehen und die Preußen drücken trotzdem durch. Ach, die haben auch schon die Schapnell-Artillerie. Mein dämliches, zurückgebliebenes Land. 21 Monate. Moin Katkur, grüß dich. Und jetzt Tududududududududur Dann haben wir... Was kommst du denn jetzt auf 28? Moment, 15, 20, 40. Moment, 15, 20, 40. Ist, glaube ich, eh beim, ist zwar theoretisch bei mir drin, aber im 8-Block. Die gehören, sind kein Klientel an von mir oder sowas. Ich glaube, die TK hat heute gewonnen oder verloren. Die Böller draußen können hier für beides sein. Oder halt ganz normaler Krieg wie sonst auch. Ich bin ja etwas, was ich nicht ganz normaler Kings. Ich bin ja ich immer wieder wunderschön. Ich bin ja, keinen Schatz zu mir, aber ich habe das erste Mal. J interrogate mich, Peskla� und Janik. Ich habe das erste Mal, die ich nicht einfach durch die Blümte draufgefallen. Ich hab die Blümte draufgelegt. Ich habe das erste Mal. Ich bin ja ich etwas, ich habe gerade versucht, wenn ich nicht immer einfach um buckets. Ich habe meinen migrauschen. Ich habe meine, ich habe jetzt zwei, aber ich habe meine, ganz gerne in einen Schrauben. Ich habe alle zwei Videos. Ich habe meine, ich habe einen Schrauben. Das ist so geil, dass du hier drin so gut siehst, ähm, ja, was dir jetzt noch fehlt. Da kriegst du, ich krieg die Krise bei manchen Menüs einfach, bei Victoria 3. Also wenn man nicht einfach direkt das Gebiet anzeigen kann, was man erobern soll. Ich denke mal, mir fehlt jetzt da rechts an der Seite noch das kleine Stück von Uguristan, weil ich glaub, die sind nicht unterworfen. Die sind einfach nur in meinem Machtblock drin. Oder? Doch, die sind in meinem Protektorat. Was fehlt dann doch? Die gehören auch zu mir. Die fehlen noch. Letztens lief im Fernsehen irgendein armes Deutscher und da war auch so einer aus Duisburg, komischer Mensch. Ich hab keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich war heute hier in Oberhausen im Aquapark. Da hab ich noch Leute gehört, die haben Deutsch gesprochen. Wallerschwör. Ja, das gab's leider, also nicht leider, das gab's halt auch. Aber was willst du machen? Ist halt Ruhrpott-Assi-Slang hier. Ob da jetzt ein Waller drin ist oder ein Kumpel. Kampf ist vorbei, können steuern ab, also runterziehen. So, der Unterstützer für das allgemeine Wahlrecht ist gestorben. Verschwunden. Das will vor allem keiner. Ich find das Problem bei Victoria 3 ist, du kannst halt die Autokratie nicht bis zum Ende ziehen. Und das Einzige, um später nochmal, sag ich mal, sowas in der Art wie eine Autokratie haben, ist die Ein-Parteien-Regierung. Und das ist halt aber auch irgendwie Kacke umzusetzen. Hallo, Steff. Mir geht's gut. Schwimmen tut mir immer gut. Wobei es war so Feuer, da konntest du eh kaum schwimmen. Weil sollte ich doch hier in den Schwimmverein gehen um die Ecke. Da hatte ich auch die Chance, mal eine Bahn zu schwimmen. Ein Verhandelsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika eingehen. Joa, seid geschafft. So. Unterstützen wir die Nummer. Was ist das eigentlich für ein Unsinn? Die anti-britische Nummer, ne? Ich hab doch grad was für die erledigt. Und es passiert nichts. Und was ist das hier für eine russische Armee? Warum werden hier Wehrpflichtige ausgehoben? Vielleicht haben ja die Denker recht. Wir müssen eh zu den Intellektuellen rüber wechseln. So. Der Zahler hatte die gleiche Kompetenz von seinen Ministern und Sorgfalt wie von ihm selbst. Minus 50% Erlasskosten. Nehm ich. Das ist ein Reformer. Kulturelle Ausgrenzung. Eigentumsrecht. Grundschulpflicht. Ja, doch. Nehmen wir mit fürs Legitimieren, weil meine Regierung ja zur Zeit unter den 80% ist und dadurch halt die Lobbyisten nicht generiert werden. Will ich das richtig... Also, beziehungsweise ich krieg relativ wenige Loyalisten raus. Um so legitimer die Regierung zu sagen, generieren sie sich auch irgendwann mal automatisch. Loyalisten. Da siehst du, was rüber transportiert wird in den einen Ort. von wo. Haben sie auch ein bisschen verändert. Ich glaube, vorher hast du das nicht gesehen mit diesen kleinen Icons, wo die Ressourcen überall herkommen. Aber umso weiter es weg ist, umso mehr verändert sich auch der Preis dabei. So, zentralasiatische Besitzthümer konsolidieren wurde erfolgreich abgeschlossen. Verstehe ich einfach nicht, ey. Ach, hier wird... Hier wird genau angezeigt, was ich brauche. Okay. So, da im Kaukasus muss ich noch ein Stück annehmen. Wie reagiert darauf, äh... Osmanische Reich? Wird schon werden. Wird schon werden. Ach, da ist die Kohle hingegangen. Beziehungsweise die, ähm, hier, die Einflussnahme. Finanzieren reicht auch, um die Beziehung zu verbessern. So, Preußen. Handelsvertrag wieder bitte. Investitionsrechte in beide Richtungen. Das wär's auch schon. Da ist die russisch-preußische Vereinigung auch wieder glücklich. In unserem Land. Du, 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 du. vind's. Du, du, du... gewann. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was ist das? Das ist euer Problem, Griechenland. Da ist alles, was her. Habt. Ihr werdet einfach aufgeben sollen. Ich will nur ein ganz kleines Stück Land von euch haben. Da kann jetzt nichts so Wichtiges drin sein. Ich will nur ein ganz kleines Stück Land von euch haben. Ich will nur ein ganz kleines Stück Land von euch haben. Ich will nur ein ganz kleines Stück Land von euch haben. Wir haben zu wenig Essen. Haben wir da noch? Das könnt ihr ruhig versuchen mit der Papierbleiche. Hö? Achso, wegen dem Bauernaufgebot. Da wollte ich ja noch wegkommen. Komm, ey. 230.000. Gegen 50.000 vom Osmanischen Reich. Da wird ja wohl nichts passieren. Und hier links stehen wir wie dem Serbien gegenüber. Das ist ja kein 300. Was ist das denn? Was ist das denn? Achso. Dann geht ihr da hin. Wir haben ja wieder irgendwie einen Aufstand. Ich weiß nie, dass ich dieses Land annektiere da oben in der Ecke. Weil das Klientelland bringt mir das einfach mehr ein. Dadurch kriege ich Einfluss. So, Ziel macht Bock noch nach vorne. Und ich möchte gerne nochmal ein bisschen, noch ein bisschen mehr Regierungsverwaltung haben. Naam, Dragon. Grüß dich. Scheiße. Ja, ist alles teuer. Achso, the new order have a fully decked out power block. Also wir haben jetzt die maximale Mandatanzahl erreicht. Und durch das Technologiegegen haben wir auch mehr Innovationen. Das ist ja eigentlich gedeckelt auf einen gewissen Wert, je nachdem wie weit du in der Zeit bist. Deshalb finde ich das eigentlich ziemlich mächtig für den Block. Dass du dann einfach 15 oder 20 mehr Innovationen bekommen kannst. Oder auch 25, was das jetzt war. So, die haben nur noch 38.000 Mann. 35.000. Oh, Anatolien. Haben wir gehört, da kann man gut Urlaub machen. Ich habe heute übrigens verpasst, dass mein Licht geliefert wurde. Ich bin etwas traurig deshalb. Ich bin etwas traurig. So. Der andere Kick ist auch schon gelaufen. Ähm. Okay. Achso, ihr habt da irgendwas am Laufen. Okay. Ich schicke einfach schon mal ein paar Leute nach Hause. Okay. Okay. So, der Krieg scheint auch vorbei zu sein. dann können wir die auch. Gibt es jetzt nicht alle Truppen entmobilisieren? Alle Einheiten aufwerten. Stimmt, jetzt können ja alle die Schrapnell-Artillerie nehmen. 45 Offensive. Höhere Tötungsrate. Südlich der kasachischen Steppe liegen die Kanate Zentralasien. Sie sind die nächsten Schwellen, die die russische Machtprojektion nach Indien und in den Nahen Osten behindern. Die Regierung unseres Staat-Oberhaupts, Zar, hat die Absicht, sie mit allen Mitteln in unseren Schoß zu holen. Die werden sich kriegerisch unterwerfen. Okay. 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 17 Monate für Dünger, meine Leute hungern, weil ich schon lange nicht mehr als Getreide ein Mangelprodukt und es gibt auch noch einen Mangelprodukt, aber es gibt auch noch einen Mangelprodukt. Wenn jemand Hunger hat, endet das hier doch nochmal in einem Bossfighter ungefähr vier Stunden dauert. No, no, no. Das ist mir zu wenig, zehn Prozent. Ich möchte gerne die Streitkräfte stärken. Die müssen in die Regierung rein, damit ich endlich von dem Bauernaufgebot wegkomme. Das ist mir zu wenig. Ah, noch mehr Bau-Power. Aber Poof ist doch noch ein Baby-Boy in Elden Ring. Was habt ihr mit Elden Ring so im Chat gerade? Nur weil ich jetzt ein bisschen was entspannteres spiele, bevor wir uns mit sowas beschäftigen. So, die Verrufenheit muss jetzt eh noch gerade durchlaufen. So, die Verrufenheit muss jetzt wiederholen. So, die Verrufenheit muss jetzt wiederholen. So, die Verrufenheit muss jetzt wiederholen. Das. Moment, ist das in unserem Land? Ah, ist das so ein Abfuck damit. Ja. 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 Ich würde es mir jetzt die ganze Zeit immer sagen, dass da auch noch ein Mandat verfügbar ist. Ja. 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 Ach so, die hier ist erobert. deshalb sind die mir noch so negativ gegenüber eingestellt ich habe ja auch einige staaten die ich noch reinholen muss sind auch noch mal einige punkte an bürokratie man kommt einfach nicht mehr hinterher so der zizel mein gott zizarewitsch hat nach dem tragischen tod seines älteren brüders alexandra romanov als alexander dritte den russischen thron bestiegen es wird erwartet dass seine herrschaft eine zeit des patriotismus und antirevolutionären konservatismus markiert traditionalistische charaktere werden während der herrschaft von alexander romanov häufiger auftreten ist nicht alexander romanov eigentlich in unserem geschichtsstrang gestorben was hat er für einen komischen hut auf warum fehlt sie ihm sein halbes gesicht toll verrufenheit fällt langsamer brotkorb freigeschalten brotkorb freigeschalten juhu ein neues archivment das gesetz gehöft bauen beschließen und der führende produzent von getreide und lebensmitteln werden ohne dass ich irgendwas gemacht habe vor allem glaube ich nicht dass wir zurzeit viel getreide produzieren wir haben ja zu wenig für unser land so das wird sich jetzt ändern jetzt werden uns einfach natürlich gab es ich habe nicht gesagt dass es den ich gab aber romanov also wahrscheinlich sind andere romanov verstorben das spiel setzt sie einfach irgendwelche vor es gibt ja nicht so gesehenen wirklichen stammbaum die du verfolgst in dem game der war von 19 von 1881 bis 94 zahl von russland dann passt das doch sogar genau die richtige historische persönlichkeit zur richtigen zeit w Afghanistan Herr sch Barringer sch году sch bla sch ch sch sch bl sch 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 Richtig, das ist ja nicht CK hier. Ja, das Problem sind noch die Fregatten. Turmschiffe 17 Monate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Was? Wo? Warum? Wer? Revolution in Nordindien Können ja wohl alles selbst machen Antifranzösische Liga will was von uns Diplomatiespiel, wo Frankreich nachgibt. Also an sich diese Lobbys, die zwingen einen häufiger zu aktiv zu werden. Vor allem gegen andere Länder, wo man eigentlich keine Lust drauf hat. Hm. Wenigstens eins von beiden muss zutreffen. Russland hat das Gesetz Zensur oder kein offener Diskurs beschlossen. Alle in den elitischen Interessengruppen sind seit mehr als fünf Jahre unterdrückt. Russland hat sich für fünf Jahre die positive Unterstützung der Interessengruppe Intellektuelle bewahrt. Also generell geht es uns eh gut. Und die Sondergruppe, von denen sie ja reden, die sehe ich ja nicht. Russland hat dasст Annergleich Sieg 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 den du 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 Australien bei ihrer Unabhängigkeit unterstützen. Na gut. Aber nur weil Großbritannien mein Feind ist. Da ist der Krieg hier rechts. Das kriegen die alleine hin. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Achso, wir haben noch kein Stahlskelettbau umgesetzt. Deshalb dümpeln wir auch so viel rum. Das machen wir als nächstes. Hund hat sich umgelegt, habe ihn aus Versehen gestriffen. Das ist mein Bausektor auch so riesig. Mit 80 Gebäuden. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 So, ihr seid ein Basal von Persien. So, ihr seid ein Basal von Persien. Langsam dreht das Land auch zu einem positiven Reich Lebensstandard steigt, den Leuten geht's gut Getreide ist auch, der Preis ist gefallen Kleidung könnten wir noch drücken, aber Kohle müssen wir auch noch drücken, ich hab wir haben da gar keine Kapazitäten für, so Bildung auf Stufe 4 Gesundheitssystem auch erhöht, dadurch wird der Lebensstandard noch weiter steigen in unserem Land Radikalen sind einfach gefallen mal um 2 Millionen, ich weiß nicht warum vielleicht durch den erhöhten Lebensstandard da ist übrigens auch ein geiles Feld finde ich weil du kriegst es nie auf deinem Screen ab einem gewissen Spielstart also was auch immer da unten noch steht ich weiß es nicht überschüssige Innovation wird übrigens dafür verwendet also Technologie, die sich ausbreitet im eigenen Land voranzubringen alle auf Turmschiffe upgraden die Texte sind einfach zu lang und du kannst da nicht rüber gehen weil das Feld in der falschen Ecke ist um in den Hover reinzukommen so müssen wir anstatt 75 66 zahlen Ne, lass mal die Subventionierung der Bahn ein 1 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 15 400.000 aus der Forderung einer Protestbewegung es gibt zwar keine aber ja, warum denn nicht? Nein, ihr bleibt in der anti-britischen Liga so sind wir auf 0 wenn ich euch jetzt so ein Protektorat mache rastet glaube ich jeglicher Staat unter mir aus vor allem die neueren bei Verrufen haltet ja da mit drauf ein äh, einzeit die die waren 20 50 40 40 40 40 40 40 Wir müssen mit den Dampfschläffern arbeiten, auch wenn sie das jetzt noch nicht lohnt, weil die Preise im Moment zu hoch sind. Da ist erstmal alles uninteressant. Ich denke mal, ihr seid alle schon recht weit von der Alphabetisierung. Ich denke mal, ihr seid alle schon recht weit von der Alphabetisierung. Ich denke mal, ihr seid alle schon recht weit von der Alphabetisierung. Mach einfach, das passt schon. Oh, wieder baldischer Aufstand. Moment, Unterstützer für die Berufsarmee war das, den sie im Knast hatten. Das ist doch genau das, was ich will. Damit wir endlich andere Einberufungsthemen machen können, beziehungsweise Techniken. So, Getreide ist jetzt genug da. Ich muss als nächstes um die Kohle. Um die Kohle. So, Getreide ist jetzt genug da. So, Getreide ist jetzt genug da. So, Theoretisch würdet ihr noch mehr Universitäten haben wollen, um die Leute auszubilden. Das machen wir erstmal eben. Das machen wir erstmal eben. Aber es bringt auch direkt 20 Verrufenheit. Mein Gott, 20 Verrufenheit. Nur wenn ich einen Teil von denen übernehme. Also, Preußen wird mir helfen. Dann machen wir Worst Case. Auch wenn das sein könnte, dass Großbritannien mit in den Krieg reingeht. Ich habe viel in der Staatskasse. Das wird alles in der nächsten Folge sein auf YouTube. Und ich bin jetzt mal eben kurz weg, weil mein Fuß juckt, weil ich Mückenstiche habe darauf. Und das würde ich mal eben eincremen. Dann werden wir noch eine Stunde spielen und dann werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen Elden Ring losen. Ich denke mal, dass 180 Bataillone reichen werden für den Kampf. Und es wird wirklich uncontrolliert. Ich denke mal, jetzt kann man einen Stobchen machen, oder? Ich kann mal das eine aneinander vertrenden. Und wenn man wie mit dem Anb Betty das ist. Ich bin der Grund. Ich will das Koffer, der esser Neumann. Und ich bin der Koffer' ein, alsot clever, von Koffer' ein. Ich war jetzt hier mit einem Stobchen aus, also wir jetzt.